Herzlich Willkommen zu einem neuen HarleySide Podcast. Erste Tourentipps zum 120-jährigen Harley-Davidson Anniversary Festival im Budapest 2023. Tipps zur Reiseplanung nach Budapest im Überblick. Was zu einer guten Tourenplanung gehört. Wenn es in den tiefen Osten geht, kann eine gute Tourenplanung nicht schaden. Ungarn gehört nicht zu den typischen Reisezielen der Harley-Davidson-Community, deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, ein paar Themen aufzugreifen, die für Biker wichtig sein können. Ich selbst fahre oft einfach los und lasse es auf mich zukommen, aber es gibt Länder, in denen es kleine Stolpersteine geben kann, an die man nicht direkt denken würde und die einem das Leben schwer machen, wenn es mal nicht so rund läuft. Worauf du auf der Motorradtour nach Budapest zum 120-jährigen Harley-Davidson Anniversary besonders achten solltest, das hörst du in diesem Beitrag. Vorbereitung für die Harley-Davidson-Tour nach Budapest. Reisedokumente. Stell sicher, dass du einen gültigen Reisepass oder Personalausweis hast und dass dein Führerschein für das Motorradfahren im Ausland gültig ist. Mitunter geht deine Route durch verschiedene Länder. Versicherung. Überprüfe, ob deine Motorradversicherung im osteuropäischen Ausland gültig ist und ob du gegebenenfalls eine zusätzliche Versicherung abschließen solltest. Darauf gehe ich später noch gesondert ein, weil das einer der wichtigsten Punkte ist, die man beachten sollte. Vignette. Auf was du achten musst. Brauche ich überhaupt eine Vignette für das Motorrad in Ungarn? Ja, die brauchst du und du solltest sie dir auch holen. Die Behörden in Ungarn überprüfen ständig auf den mautpflichtigen Straßen mit modernster Technik. Sie scannen die Kennzeichen, ob die Motorräder wirklich richtig scannen können, wäre ich mir nicht sicher. Allerdings lohnt sich dieser ganze Stress nicht. Für 1995 kannst du den ganzen Monat fahren. Fährst du ohne Vignette und wirst erwischt, kann es passieren, dass sie dir den Bußgeldbescheid nach Deutschland schicken. Allgemein können Strafen für Motorradfahrer, die ohne gültige Vignette erwischt werden, in Ungarn zwischen 15.000 HUF, also das sind die Vorrenten, ca. 42 Euro und 560 Euro liegen. Außerdem ist es besser, einem Konflikt mit der ungarischen Polizei aus dem Weg zu gehen, wie eigentlich überall im Ausland. Wo kann ich die Vignette kaufen? An den Tankstellen bekommt man noch eine Klebevignette. Am einfachsten ist es, wenn du sie über die Seite www.mautgeburen.de bestellst. Man bekommt sie wohl woanders günstiger, aber diese Seite ist auf Deutsch und sehr einfach gehalten. Du kannst neben der Kreditkarte auch mit Paypal bezahlen. Bis 20 Uhr bestellt, ist sie am nächsten Morgen im E-Mail-Postfach und dein Bike ist registriert. Umlaute beim Kennzeichen. Wie man schon an der Webadresse zur Online-Mautbestellung hören konnte, gibt das in Ungarn nicht unsere Umlaute. Bei der Kennzeicheneingabe ist dann beispielsweise wie beim Kennzeichen Plön so vorzugehen, also statt PLÖ schreibt man PLO, also ohne Umlaut. Wer den Umlaut mit UE umschreibt, hat es falsch gemacht. Das gibt Probleme. Die Mautgebühren auf www.mautgeburen.de. Also für Motorräder D1M heißt das. Motorräder, Wochen- und Monatsvignette, die E-Vignette kann man online vorab bestellen. 10 Tage kosten 14,95 Euro und ein Monat kostet 19,95 Euro. Ja, die Abwicklung ist ja wie gesagt schon sehr schnell. Am Abend bestellen, am nächsten Morgen ist eben Postfach. Pkw's wird das teurer. Vignette kostet für ein Pkw Auto bis 7 Personen und bis 3,5 Tonnen für 10 Tage 21,95 Euro. Für einen Monat sind es dann 31,95 Euro. Fahren ja auch einige mit dem Wohnmobil oder mit dem Van und dann kosten 10 Tage 31,95 Euro und ein Monat kostet dann 49,95 Euro. Die Vignette-App ist ebenfalls eine Möglichkeit. Die gibt das im App Store oder im Google Play Store zum Runterladen. Habe ich aber nicht ausprobiert. Was es im ungarischen Straßenverkehr zu beachten gibt. Geschwindigkeitsbegrenzung. In Ortschaften gilt 50, falls nix anderes angegeben ist. Außerhalb von Ortschaften 90 kmh. Wer mit dem Pkw und Triller unterwegs ist, darf nur 70 kmh fahren. Wohnmobile über 3,5 Tonnen dürfen ebenfalls auf Landstraßen nur 70 fahren. Auf Autobahnen sind 130 angesagt, Pkw mit Triller nur 80. Wie auch Wohnmobile über 3,5 Tonnen. Auf Schnellstraßen sind es 110 kmh. Pkw mit Triller wiederum nur 80. Das gilt ebenso für die Wohnmobile. Muss ich mein Licht immer anschalten? Also bei manchen Motorrädern hast du ja nicht mehr die Wahl. Aber ja, Motorräder müssen am Tag mit eingeschaltetem Licht unterwegs sein. Warnwesten. Warnweste denkst du im ersten Moment vielleicht auch nicht drüber nach. Aber in Ungarn muss man eine Warnweste als Motorradfahrer dabei haben. Bei einer Panne oder einem Unfall muss diese umgehend angezogen werden. Warndreieck. Besonders wer mit dem Beiwagen unterwegs ist, sollte ein Warndreieck dabei haben. Es gibt Warndreiecke mit kleinem Packmaß extra für Motorradfahrer. Die kann man gut verstauen. Und am besten natürlich dort, wo man schnell rankommt, wenn man es mal braucht. Verbandszeug. Ja, Verbandszeug ist in Ungarn auch für Motorradfahrerpflicht. Übrigens genauso in Tschechien, Slowenien und der Slowakei. Ersatzlampenset. Solltest du über Kroatien fahren, ist das Pflicht. In Ungarn nur zu empfehlen. Sollte es sich um das herkömmliche Glühlampenset abhandeln. Alkohol am Lenker in Ungarn. Alkohol und Motorradfahren verträgt sich generell nicht so gut miteinander. Aber was ist, wenn ich auf dem Event in Ungarn ein Bier getrunken habe? Darf ich dann noch fahren? Nein. In Ungarn und auch in Tschechien gilt die 0,0 Promille Grenze. Das Bußgeld startet bei 370 Euro bei Gefährdung und so weiter, ist das von der Situation her abhängig. Diesen Ärger dazu noch im Ausland willst du nicht wirklich. Also 0,0 Promille oder das Taxi nehmen. Ab 70 Euro werden Bußgelder auch in der Bundesrepublik vollstreckt. Also man trägt den Ärger mitunter auch bis nach Hause. Ist der letzte Tropfen Sprit weg, dann kann ein Liter Reserve an Bord nicht schaden. Das ist mir tatsächlich schon zweimal passiert. Die Low Range Anzeige der Harley Davidson. Ich habe sie zweimal extrem überzogen, weil ich dachte, ich schaffe das noch. Unter normalen Umständen haut das echt gut hin. Einmal war von der Autobahn kein Abbieger zur Tankstelle und einmal habe ich mich einfach verschätzt. Das kann passieren. Also eine Reserveflasche mit Benzin sollte auf Reisen irgendwo noch Platz finden. Harley Davidson Versicherung. Jetzt kommt ein sehr wichtiges Thema. Das ist auch egal, bei wem du versichert bist. Bevor es losgeht, solltest du bei deiner Versicherung nachgefragt haben, was du zu beachten hast oder schau dir deine Verträge genau an, bevor du mit deiner Harley Davidson in den Osten fährst. Das gibt es zu beachten. Einige Versicherer haben eine Osteuropa-Klausel. Grundsätzlich hilft immer der Blick in die eigenen Verträge. Wenn du möglicherweise noch einen alten Vertrag hast, kann es unterschiedliche Bedingungen geben, wie dein Motorrad versichert ist. Wenn du angegeben hast, dein Motorrad steht nachts immer in einer Garage, dann sollte sie auch in Budapest in deiner Garage übernachten. Dann kannst du nur hoffen, dass die Hotelgarage in Budapest nicht überfüllt ist. Alle schon vorgekommen und genau das sind dann die Probleme, die keiner braucht. Was machst du, wenn dir in Budapest einer in deine Harley fährt? Sagen wir mal ein rumänischer oder französischer Biker und Englisch kann der nur vom Hören sagen. Dann hast du ein Problem. Eine gute Versicherung übernimmt die Abwicklung und geht in Vorleistung. Sie holt sich das Geld selbst vom Unfallgegner, wenn er offensichtlich Schuld an dem Unfall hat. Das macht sie aber oftmals auch nur, wenn du diesen entsprechenden Zusatzbauchstein aktiviert hast. Zu dem kommen wir später. Was machst du, wenn du eine Panne hast? Beispielsweise geht der Reifen kaputt. Wie willst du den so schnell ersetzen? Gibt ja selbst bei uns derzeit kaum Reifen für die Harley zu bekommen. Für diese beiden Szenarien gibt es sicherlich auch bei deinem Versicherer eine Lösung. Ich habe bei der Harley-Davidson Insurance Service nachgefragt und man hat mir Folgendes gesagt. Auf jeden Fall sollte man generell seinen Versicherungsberater anrufen, damit er in den Vertrag schauen kann, um dich auf den aktuellen Stand der Lage zu bringen, bevor du in den Osten fährst. Die Haftpflicht ist meistens nicht das Problem, aber bei Diebstahl kann es schon wieder ganz anders aussehen. Stichwort ist, gibt es eine Osteuropaklausel in deinem Vertrag? Mitunter hast du sonst einen eingeschränkten Schutz. Empfohlen wird ein Auslandsschadenschutz und Schutzbrief. Im Ausland gilt immer das jeweilige Recht des Landes, in dem du dich befindest. Das bedeutet zum Beispiel, dass bei einem Unfall die gegnerische Versicherung mitunter andere Standards bei der Schadensregulierung hat. Es gibt unzählige Möglichkeiten, was alles sein könnte und man hofft ja immer, dass man das alles nicht braucht. Aber genauso kann ein Schutzbrief wirklich hilfreich sein, wenn es mal nicht wirklich rund läuft. Dieser ist nicht teuer und kann als Zusatzbaustein zu deiner Versicherung aktiviert werden. Er deckt Pannhilfe, Bergung, Fahrzeug, Krankenrücktransport und so weiter ab. Der Versicherungsumfang ist vom jeweiligen Versicherer abhängig. Also einfach mal nachfragen. ADAC-Mitglieder sollten ihren Status prüfen. Was viele ADAC-Mitglieder noch gar nicht mitbekommen haben, der ADAC hat seine Leistungen umstrukturiert. Es gibt jetzt die ADAC-Mitgliedschaft, Plus-Mitgliedschaft und Premium-Mitgliedschaft. Was früher mal Plus war, ist heute Premium. Wer ADAC-Mitglied ist, sollte vor der Fahrt nach Ungarn seinen Status prüfen, damit es im Falle der Fälle keine böse Überraschung gibt. Vergleicht die Preise und Leistungen mit eurer Harley-Versicherung. Als Zusatzbaustein sind sie oftmals günstiger. Die ungarische Währung. In Ungarn gilt der Forend. Es wird zwar auch der Euro genommen, aber als Rückgeld gibt es in der Regel Forend. Am besten eignet sich zum Bezahlen die Kreditkarte. Laut Google sind die Wechselkurse in Budapest besser als bei unseren Banken, was generell nicht ungewöhnlich ist. Auch Tschechien gehört nicht zum Euro-Währungsgebiet, aber wer mit der Kreditkarte bezahlt, wird es nicht merken. Ihr solltet, aber aufpassen, ob sie Euros oder ihre jeweilige Landeswährung eingeben und nicht Euro und ihre Währung verwechseln. Das ist mir schon mal passiert, aber ich bekomme immer direkt eine Meldung und konnte das versehen direkt reklamieren. Ein Forend entspricht ungefähr 0,0026 Euro. Muss ich in Ungarn Rooming-Gebühren zahlen? Nein. Seit 2017 gibt es innerhalb der EU keine Rooming-Gebühren mehr. Wer in Ungarn mit dem Handy telefonieren möchte, kann dies anbieterübergreifend zu den Konditionen seines normalen Inlandtarifes machen. Natürlich gehe ich davon aus, dass wir in Budapest ein großartiges und sicheres Harley-Davidson-Treffen erleben werden. Das Interesse an dieser Veranstaltung ist wirklich sehr groß und mitunter können diese Tipps für den einen oder anderen hilfreich sein, der in Sachen Motorradtouren ins Ausland nicht so geübt ist. Ich wünsche uns allen auf jeden Fall eine super Party in Budapest. Ich werde natürlich auch dorthin fahren und werde von dort berichten. Und wer nicht die Zeit findet, auch an einer großen Party in Budapest teilnehmen zu können, ja, ihr wisst, weitere Informationen findet ihr wie immer auf www.harleyside.de und dort seht ihr dann auch die Fotos. Musik Musik Musik